Darf ich raten? Zombies Ich hab ja gar keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll Irgendwie Ich hab ja gar keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll Gott sei Dank, er hat ein Knaller Okay Ich hab Angst Ich hab ja gar keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll Ich hab ja keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll Was ist jetzt passiert? Ich habe einen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache, wollte ich gerade sagen. Ich habe mich eindeutig zurecht. Ah, die Dinge heilen mich. Cool, die gelben Augen. Ich habe mich eindeutig. Ich habe mich. 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 Oh Mann, Leute. Ich habe mich. Achtung, Blutgifte diagnostiziert. Ich habe mich. 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 Das sind zwei von den Riechen. Das sind beide. Das sind zwei von den Riechen. Das sind zwei von den Riechen. Das sind zwei von den Riechen. Wie verschwindet das Kabel? Das sind zwei von den Riechen. 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 Das sind zwei von den Riechen.